Yo Leute, 360Football hier und heute ein neues Video in der Fabrik 11. Heute eine Challenge. Techball, Nick gegen mich. Mal schauen, wer gewinnt. Nick erklärt euch jetzt die Regeln. Genau, man darf lediglich drei Ballkontakte haben und man darf den Tisch nicht berühren und wir spielen auf 20 Punkte. Schauen wir mal, wer gewinnen wird. Schreibt es in die Kommentare und legen wir los, dann finden wir es heraus. Leute, das Battle beginnt jetzt. Jetzt geht es los. Ich starte mit dem Mannspiel. Jetzt geht es ums Eingemachte. Leute, das Battle beginnt jetzt. Vollgas. Jetzt geht es ernst. Jetzt geht es ernst. Jetzt geht es ernst. 1-0. Alles am Leben. 1-0. Ja Leute, ich habe den Tisch so oder so berührt. Stimmt, stimmt. Punkt geht an mich. 1-1. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. 2-1. 9-2. 1-2. 2-1. 1-2. 2-1. 2-2. 2-1. Ah! Jetzt kommt der Lahr! Oh! Oh! Das war nicht schlecht, dumme Leute, ich komme! Oh! 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 Das ist ein guter Mann. Hoppa. 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 Wollt ihr ein bisschen Risiko sehen jetzt? Okay. Ja, oh, das ist hoch! Oh, sein Tragen! Ja, das ist ein Kuba! Leute, Leute! Ja, das ist ein Kuba! Nein! Oh, oh! Nein! Ja! Oh, Mann! So, Leute, es ist wirklich anstrengend. Punktestand, ihr seht es oben, 16 zu 16. Ja, jetzt geht es um alles. Jetzt geht es um alles. Ready! Weiter geht's! Nein, Leute! Äh, äh, 17 zu 16, ja? Ja! Ich bin nur noch sicher. Ja! 17 zu 17, Leute! Ja, das ist ein Kuba! Ja! Oh, da war der Preiser! Ja, ne? 18 zu 17. Okay! Okay! Opa! Nein! Da habe ich ihn mit der Kante getroffen! 19! Ja! Das ist ein Koffer! Ja, das mache ich einen Mann! Doch! Ja, was ist das? Ja, dann geht's! Oh! Ja, ja! Ein Mann! Wie ist das, die Schalkenlern der Sorge, die zählt? Ah, der Fehler kommt, ich muss mit deinem Brücken zur Wand schieben, jetzt geht's klar. Ja Leute, kein Problem. Ja Leute, Can geschlagen. Geht zuerst zu ihm. Vielleicht hat er noch etwas zu sagen, oder? Nein Leute, ich bin sprachlos. Es tut mir leid an alle, die an mich geglaubt haben. Ich muss euch leider enttäuschen. Danke an alle Fans. Danke an alle, die kommentiert haben. Heute haben wir es gesehen. Wir müssen noch ein bisschen bei 360 Football ins Technik trinken. Sollen wir weitere solcher Challenges machen Leute? Schreibt es in die Kommentare. Das war ein gutes Spiel. Die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Amen.